Ich finde, wir bleiben irgendwie an dem Punkt stehen und kommen da irgendwie nicht weiter. Ich finde dich super, ne? Du bist ein superlieber, netter Typ und so vom Charakter her. Es ist eigentlich echt so, was ich mir so wünschen würde bei meinem Partner. Aber irgendwas fehlt mir halt, wo ich sagen kann, dass es mir für eine Beziehung reicht. Ich habe mich halt heute dazu entschieden, mich zu entkappeln, aber das ist alles gerade eine ganz, ganz schwierige Situation für mich. Wir haben uns ja jetzt die Zeit gegeben, das herauszufinden und ich habe keinen Bock, dass du dich so fühlst, als würde ich dich hinhalten oder warm halten oder Sonstiges. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Und gerade jetzt ist ja jemand Neues reingekommen und da möchte ich halt auch... dass du einfach die Chance hast, sie kennenzulernen. Okay. Tatsächlich kam das sehr unerwartet für mich. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, weil es in den letzten Tagen, zwei, drei Tagen wieder ein bisschen besser lief. Und deshalb hat es mich auch im Endeffekt so hart getroffen. Ich finde es super schade, weil ich mich auch mega gut mit dir verstehe. Ja, das ändert sich ja nicht. Und ich hoffe halt auch, dass du mir das jetzt nicht übel nimmst, aber ich will halt immer ehrlich zu dir sein. Ja, muss ich mich leider... Ja, was soll ich sagen? Das ist wie Schluss machen. Das ist... Ich meine, es ist mir ja nicht egal. Das ist es ja nicht. Aber wir sind halt einfach nicht aufeinander gekommen. Und im echten Leben ist es doch auch so, dass man eine Person super findet. Aber dann klappt es halt einfach nicht. Oder dann funkt es halt einfach nicht. Und dann muss man sich damit halt auch abfinden. Weißt du, ich bin nicht hier, um jetzt dir was vorzuspielen oder so tun, als wäre ich voll in Ordnung, um weiterzukommen. Das weißt du, das bin ich nicht. Und wenn ich jetzt deswegen nach Hause muss, dann ist es halt so. Ja, okay. Schade, aber ja, wenn du das so siehst. Ich weiß gerade nicht, ich weiß noch nicht genau, was ich jetzt machen soll irgendwie. Ich bin ein bisschen überfordert mit der aktuellen Situation einfach. Es liegt ja auch gar nicht an dir. Es liegt ja eher an mir. Du bist so ein lieber Mensch. Aber so jetzt, was Beziehung oder in Love sein angeht, fehlt mir halt irgendwas. Natürlich denkt man dann, wenn man sowas hört, was habe ich falsch gemacht? Bin ich nicht gut genug? Woran liegt's? Und wenn mir das dann, wenn sie mir das dann nicht sagen kann, dann denkt man halt drüber nach, woran es, woran es dann lag im Endeffekt. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir jetzt noch miteinander quatschen und so. Also hattest du jetzt nicht komplett... Nee, ist alles cool. Ich habe ja auch gesagt, dass es immer offen und ehrlich sein, wenn du das isst. Komm her. Alles easy. Hm, schau mal mal. Ich glaube ja eher nicht. Das tut mir halt einfach im Herzen weh, ihm das jetzt so anzutun. Ja, weiß ich auch nicht. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte mir so, das ist eine Erleichterung für uns beide. Aber irgendwie... Ich weiß nicht. Vielleicht braucht es auch erst mal einen Tag, bis sich alles legt und dann... Ja... Ich weiß nicht. 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 Ich weiß nicht.